Herzlich Willkommen auf Consutec. 3x Maschensieb und 3x Fruchtrollenboden. Mit Fruchtrollenboden können Sie Fruchtrollen und Streifen aus frischen, tiefgefrorenen oder Dosenfrüchten herstellen. 650 Watt und der elektronisch gesteuerte automatische Durchmesser-Umweltsventilator sorgt für eine gleichmäßige Dehydration und liefert in kürzerer Zeit hervorragende Ergebnisse. Verwenden Sie das digitale Bedienfeld, um den Timer in Schritten von 30 Minuten für bis zu 48 Stunden einzustellen. Vielseitige Maschine für Lebensmittel, geeignet zum Trocknen von Beef, Shirky, Äpfel, Obst, Gemüse, Fleisch, Kräutern, Pilzen, Pasta und so weiter. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Nonshichi Dörrautomat. Dieser Dörrautomat dehydriert verschiedene Lebensmittel bei einer genauen Temperatur und sperrt den ursprünglichen Geschmack der Lebensmittel, um Ihr Lieblingsessen zu machen und das Essen zu bewahren. Stellen Sie den Timer und die Trocknungstemperatur individuell über das LCD-Display ein. Zeitbereiche 1 bis 48 Stunden, drehen Sie den Schalter in 30 Minuten Schritten. Temperaturbereiche 35 bis 70 Grad, drehen Sie den Schalter in 5 Grad Schritten. Dieser Lebensmitteltrockner kommt mit 5 großen Kapazität BPA-freie Trocknungsschalen, was genug ist, um verschiedene Lebensmittel zu halten und gleichmäßige Trocknung zu schaffen. 5 stapelbare Schalen bieten den ultimativen Komfort, um verschiedene Lebensmittel zu klassifizieren und die Produktivität zu erhöhen. Lebensmittel-Dehydrator besteht aus einer Edelstahl-Basis und Premium-Kunststoffschalen, alle Materialien sind BPA-frei, die absolut sicher für Ihre Gesundheit sind. Sie können leicht Ihre Lieblingsgesunde und leckere Inbisse und den ganzen Prozess ohne künstliche Zusatzstoffe machen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Dörr-Automat-Test ist der Ostbar Dörr-Automat. Der Ostbar Dörr-Automat trocknet auf 5 separaten Ebenen jede Art von Obst, Gemüse, Kräutern, Pilzen, sogar Fisch und Fleisch. Das Tolle hierbei ist, Sie kommen völlig ohne belastende Konservierungsmittel oder andere Zusätze aus und erhalten alle Vitamine in Ihren Produkten. Der an der Unterseite angebrachte Ventilator und das Heizelement sorgen für einen konstanten Luftstrom, wodurch Ihre Produkte schonend und gleichmäßig getrocknet werden. Aufgrund des feinmaschigen Kunststoffdörrgitters ist ein Wenden Ihrer Produkte nicht nötig. Die von Ihnen gewünschte Temperatur lässt sich stufenlos von 35 bis 70 Grad einstellen. Alle abnehmbaren Teile des Dörr-Automats sind spülmaschinen geeignet und bleiben daher immer hygienisch rein. Die Leistung von 260 Watt gewährleistet Ihnen, dass keine Feuchtigkeit in den Lebensmitteln zurückbleibt. Sie erhalten Ihr eigenes gesundes Dörr-Produkte in ausgezeichneter Qualität. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.